hallo freunde herzlich willkommen zurück zu einer kleinen weiteren folge ls70 hof bergmann so, wir müssen jetzt mal ein bisschen Gas geben, deswegen werden wir das heute auch in der Nacht schicken, weil wir haben nämlich nicht mehr lang für Gerste, Raps und Weizen Körnerweizen können wir später noch machen, Kartoffel und Zuckerröbe auch noch, aber wir müssen jetzt mal zuerst die Gerste mal anbauen bringen, weil wir brauchen Stroh, später dringend ganz viel und deswegen machen wir jetzt mal eine Nachtschicht, dass wir mal die Gäste rauskriegen der andere habe ich, ähm, der Helfer hat, äh, das hat, wird leer, den hab ich aufgefüllt, der ist Träger von einer anderen Filtermenge jetzt ist er schon wieder anfertig, ey, 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 wir haben mal gucken, was da los ist schon wieder hier schon jetzt gerade mal das liebe Erkohol, der war ja vorher im Krupa, die Krupa hat nicht abgestellt und dann hat jetzt mal die Direktsaatmaschine, äh, die Direktsaatmaschine geholt dass wir da jetzt nicht, äh, weil, wie gesagt, der Zelldruck wird jetzt doch ein bisschen eng dass wir da jetzt nicht so echt noch Krupa rein müssen, im Raum die Dinger können wir später immer noch draufschmeißen ah, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr holen jetzt weiß ich, was ich gerade noch machen wollte so mal gucken, was mit dem fängt ja schon wieder so an, ey warum fährt er immer nur E-Bahn runter und ein Hohol fertig wer macht er mit so so So, sie haben schon wieder ihren Hohen hin runter. Ja, da ist ein bisschen viel drin, deswegen gibt das auch ein bisschen raus aus dem Deckel. Ja, dann hatten wir bei Nimmertag einen Livestream. Habe ich mal spontan gemacht, vor auch so ein bisschen in der Stelle. Gut, ich musste die Bitrate so weit drunter drehen, das war von der Grafik her mehr als grenzwertig. Aber ich bedanke mich trotzdem für alle, die dabei waren, die Eis am Durchgehalt haben, wie der Tommi und Fabio und SimuTV. Danke auch an dich, dass du vorbeigeguckt hast. Und ich muss mal gucken, ob ich jetzt was ich da noch ein bisschen rausholen kann an Leistung und Qualität. Aber ich denke mal, da werden mir auch so arisch viel gehen, weil solange ich so gleich Leitung haben kann man das, glaube ich, so weit alles vergessen. mit. Ja, das war's. Ja, das war's. Ich gucke, dass ich noch ein bisschen was instellen kann, aber wie gesagt, ich glaube nicht mehr, dass er zu Arsch kommt. Aber trotzdem, wie gesagt, war es schön, dass die, wo dabei waren, ein paar waren Dosen und dann kann ich hier weg. Gut, kann ich auch verstehen bei der Qualität, dass das macht keinen Spaß mehr zu gucken. Ich gucke, dass ich die Woche noch ein bisschen was ingestellt kriege. Ich gucke schon, dass ich die Woche bei mir auf der Facebook-Site nochmal ankündige, man weiß es drehen. Ich denke morgen Sonntag oder Samstag und Sonntag, ich weiß dann, wenn ich gucke. Aber auf jeden Fall am Sonntag nochmal. Doch nicht dann aber auf meiner Facebook-Site dann nochmal vor irgendwelchen mache ich dann nur separat. Ja, dann haben wir hier auf Bergmann nochmal einen Neuzugang geredet. Das zeige ich euch auch noch gleich. Die Gemeinde hat einen Neu gebraucht, der Deutzgret. Ich habe mich dann mit der Sinti einmal kurz geschlossen und den habe ich besorgt. Das war nämlich der Neueste, ich habe schon ein paar ältere Gebrauchsspuren dran, aber dann brauche ich, wenn man Deutz nicht immer da runter zu fahren, Dann habe ich schon mal einen Traktor mehr frei. Für meine Hofarbeit, das machen. Und ähm... Zeige ich euch gleich. Auch eine Kommunalfarbe. Den Traktor hat es so nicht gegeben mit Farbauswahl. Das habe ich alles gemessen. Okay. Lassen wir mal rein. Fährt zurückwärts. Deutzfahrer Akkursar 6 Series. Und zwar ist der, haben wir am Livestream. Da ist der 6N80 schon geholfen. Und dann habe ich mal mühselig in Handarbeit. Die ganze Kante musste ich noch fahren. Ähm... Im Paint.net. Und dann haben wir da Maske-Trieber gemacht. In der Kommunalfarbe. Weil ich aber ja noch nicht vorgekriegt habe, ist das Grün aus dem Gitter vorne. Und ähm... So, jetzt tun wir es besser. Klaus hat schon den Rüst angesetzt am Rahmen. Oder auch an der Club. Da ist auch schon den Rüst dran. Also er ist nämlich der Beste. Vorne auch schon angesetzt. Der Rüst, gleich hier. In der Ohne. In der Frontarme. Und den neuen Spursor schon ein bisschen blöd ist. Ich habe noch ein bisschen runtergehandelt. Und jetzt kennen wir den nämlich an dem Fass losse. An dem Gemeindefass. Auch eine Kommunalfarbe. Wobei, ich hätte gerne noch ein bisschen heller machen. Soll ich gerade. Da wäre ein bisschen dunkler. Aber es ist nicht schlimm. Da hat Breitreife drauf. Rote Felge. Wie der Tank. Da hat auch rote Felge. Und ähm... Dann ist halt ein schönes Gespann für die Gemeinden. Kennen wir den bei dem losse. Brauche ich mit meinem nicht immer extra runterzufahren. Genau. 681er. Auch die Innerausstattung. Sehr schön gemacht. Vorne die ganze Lämpche am Display. Standlicht. Feinlicht hinter. Feinlicht vorne. Blinker. Wenn da jetzt ein Anhänger dran ist. Es sind noch zwei Blinker. Eberneinander. Für rechts und links. Fahranzeige vorne. Vorne rechts. Die ganze äh... Druckbare Meter. Geschwindigkeit. Sprit funktioniert alles. Der Hebel geht mit. Beide Hebele wenn ich umschalte. Zack. Inneraumbeleuchtung finde ich sehr schön gemacht. Finde ich echt klasse. Irgendwie gemütlich. Wenn ich so da drin hucke. Bisschen Licht. Schön. Jo. Das ist zwar das. Den hat die Gemeinden jetzt mal rein gekriegt. Da hab ich... Zwei Stunden hab ich schon dran gehuckt. Bis das so halb wie ich wollte. Aber es sieht irgendwie geil aus. Nur eben das Grüne. Das stört mich jetzt noch ein bisschen. Boah. Dann muss ich mal gucken ob ich das so wegkriege. Das ist ähm... Es nervt. Sieh nicht... Nichts wrong sein. Aber ich krieg's nicht weg. Ich muss mal gucken ob ich dran das Lied. Jo. Das war mir... Desoweit. 6.81er für die Gemeinden. Dann ist das ein gespanntes. Kann dann zusammenbleiben. Und dann passt das. So. Jetzt müssen wir mal weitermachen. Dass wir mal die Gäste noch hinkriegen ey. Weil die Gäste noch immer so langsam mal dreschen. Und mal Ballenpresse. Und... Mais machen. Also irgendwie habe ich mal irgendwas... Habe ich mal zerschossen. Weil die... Weil ich nicht mehr anfangen muss. Der Spiel ist schon dran. Weil es sind kein Strohball mit euch. Die ganze Stadtfahrzeuge waren weg. Irgendwas habe ich mal zerschossen. Aber das ist besser noch nicht. Und deswegen haben wir ja damals kein Strohhahn und alles. Kein... Startmaterials eigentlich immer. Aber man muss sich halt jetzt nicht mehr anfangen. Aber halt eben auch nicht Stroh. Deswegen mache ich ja immer Stroh. Weil wir uns die Zeit verdrennt. Das muss ich jetzt mal bisschen... Gas geben. Außer es wird dann auch mal Nachtschicht. Man sieht zwar jetzt nicht so arsch viel. Das ist sehr schön. Startgut waren noch 71% drin. Optimal. Dann läuft das. 丁 2 2 4 2 5 4 2 Das ist wunderbar, Arbeitsbreite. Ah, da haben wir noch einen kollegischen Zuschauer hingeschickt von der Weltrescher, John Gier. Mal schnell mal gucken, was das ist, vorher die Hofbergbahn-Map. Kann man den nämlich schon schön benutzen. Da, komm mal da hoch, wann ich ihn immer hinrunde. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020